äh, Sachen suchen, ähm, so, wo geht's denn weiter? Das haben wir, das haben wir, die beiden haben wir, okay, hier unten fehlen uns noch zwei, eins fehlt uns hier noch, welches fehlt uns denn da? Okay, wir fahren da mal runter, also erstmal hier runter, da links, und dann da um die Abbiegung, warum muss irgendwas sein, okay. Werden wir schon finden!